wie seine gesamte bisherige Welt zusammenbricht und er in einer Welt erwacht, wie er sie sich in seinen düstersten Albträumen nicht vorgestellt hatte. In einer postapokalyptischen Landschaft herrschen die Maschinen. Für ihren eigenen Energiebedarf bauen sie Menschen an, die sie in Millionen Flüssigkeitsbehältern halten. Die unbeweglichen Körper sind über Kabel mit einem System, der Matrix, verbunden, die ihnen eine virtuelle Realität vorspielt. Der Moment, in dem die Hauptperson Neo erwacht und zum ersten Mal diese Welt erblickt, ist einer der beeindruckendsten Momente der jüngeren Filmgeschichte. Eine geschickt aufgebaute Handlung führt zu diesem Moment. Immer wieder erlebt Neo in seiner Welt, seiner Traumwelt, wie sie herausstellt, Inkonsistenzen. Manche Begebenheiten passen einfach nicht. Schließlich wird er von Morpheus, dem Anführer des Widerstandes, gegen die Maschinen vor die Wahl gestellt. Dies ist deine letzte Chance. Danach gibt es kein Zurück. Wenn du die blaue Pille nimmst, endet diese Geschichte. Du wachst in deinem Bett auf und glaubst, was du glauben willst. Wenn du die rote Pille nimmst, bleibst du im Wunderland und ich zeige dir, wie tief das Kaninchenloch wirklich ist. Denk daran. Ich biete nur die Wahrheit an. Nicht mehr. Ich bin nicht der Erste, der die Szene von der blauen und der roten Pille zitiert. Im vorliegenden Hörbuch werde ich sehr unangenehme Themen ansprechen und sehr unbequeme Erklärungen anbieten. Einige von Ihnen werden vielleicht denken, das kann doch nicht wahr sein. Vielleicht sogar, das kann nicht wahr sein, weil es nicht wahr sein darf. Manche von Ihnen werden das Hörbuch vielleicht sogar wieder ausschalten, weil es Ihnen zu unangenehm ist. Machen wir uns nichts vor. Die meisten Menschen ziehen es vor, in ihrer Matrix zu leben. Und zwar egal, ob die echte Welt ein Albtraum oder ob sie eigentlich ganz nett ist. Seit Platon wissen wir, dass die Welt, die wir wahrnehmen, eine Projektion unseres Gehirns ist. Neurowissenschaftler, Anthropologen und Soziobiologen wissen mittlerweile recht gut, wie sich unser Denken entwickelt hat und wie es funktioniert. Lückenhaft und selektiv, oft vorschnell und emotional, so wie am Gruppenkonsens orientiert. Echtes Denken ist selten und anstrengend. Deswegen gibt es zum Beispiel in der Finanzwelt so wenige gute Investoren und so viele Schwätzer. Und deswegen machen wir es uns so gern in unserer selbstgemachten oder für uns von anderen vorbereiteten Matrix bequem. Aber ich schreibe nicht für alle. Ich schreibe für diejenigen, die wirklich nach Erklärungen suchen für das Chaos, das derzeit auf der Welt herrscht. Die Bedrohung der Freiheit, den Populismus, den Abstieg der Mittelschicht, die Kriege. Die bereit sind, ihre eigene Matrix in Frage zu stellen. Es wird in diesem Hörbuch auch um Krieg und Leiden gehen. Tatsachen, die im neuen Jahrtausend genauso präsent sind wie im Vergangenen. Dabei greife ich auf einen reichen Fundus von Klassikern und aktuellen politischen Denkern zurück. Von Tukidides über Helford Mackinder und Carl Schmitt bis zu Robert Gilpin und Henry Kissinger. All diese Denker gehören der realistischen Schule der Politikwissenschaft an. Ich bin zwar als Ökonom bekannt, habe aber auf dem Gebiet der internationalen Beziehungen viel geforscht. In diesem Hörbuch stütze ich mich bei meiner Analyse der Ursachen und Folgen der aktuellen Weltkrise auf die gerade erwähnte realistische Schule der Politikwissenschaft, die meiner Ansicht nach die Welt besser erklären kann als Sozialismus und Neoliberalismus. Zudem sind in den letzten Jahren große Fortschritte auf dem Gebiet der Gehirnforschung, der evolutionären Erkenntnistheorie, der Anthropologie und der Soziobiologie gemacht worden. Sie stützen meinen Erklärungsansatz. Shit happens. Heute wissen wir viel besser. Warum? Es sind verschiedene Mechanismen unseres Gehirns, die uns immer wieder Fehler machen lassen. Das vorschnelle, instinktgetriebene und intuitive Denken, die selektive Wahrnehmung, das Phänomen der kognitiven Dissonanz und das Gruppendenken. Diese Mechanismen waren im Verlauf unserer Evolution überlebenswichtig und sie sind es immer noch. Aber verleiten uns in der modernen, komplexen und technisierten Welt auch dazu, Fehler zu machen. Sie lassen uns simpler Propaganda folgen, in der Matrix der Medien gefangen bleiben, Gruppendenken und Ausgrenzung betreiben und kolossale Fehler begehen. Im schlimmsten Fall lassen wir uns in unnötige Kriege hineinziehen. Denn Kriege beginnen fast immer mit Lügen. Das war beim deutsch-französischen Krieg von 1870 und 1871 der Fall, als Otto von Bismarck mit der Emser de Pesche einen Kriegsgrund inszenierte. Beim Krieg, den die USA...